Weiter geht's bei City Skyline 2. Dankeschön fürs Einschalten und heute bauen wir hier vorne mal aus. Und zwar bauen wir da eine kleine Kaimauer. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Doch bevor wir da anfangen, hier sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe gestern einen Part aufgenommen, der mir im Nachhinein nicht so sonderlich gut gefallen hat. Irgendwie war ich da müder als gedacht und dann dachte ich mir, das kannst du nicht hochladen, da zeigst du lieber, was du gemacht hast. Prinzipiell bin ich hergegangen, hab zum einen, warte... Wo ist es? Das Recyclingzentrum freigeschaltet. Meine Frage war auch in dem letzten Part, den ihr nicht gesehen habt, ob das Recyclingzentrum eigentlich dasselbe macht wie die Verbrennungsanlage, nur weniger, langsamer und ohne Müll quasi. Weil dann würde ich halt auf Recyclinganlagen gehen. Das ist ja Green City und wenn ich dann meinen ganzen Müll verbrenne, ist es halt ein bisschen doof. Muss aber dazu sagen, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir das Ganze mit der Vorbrennungsanlage machen. Wir haben jetzt hier aber ein Recyclingzentrum neben dem Unfall hier vorne und wir gucken mal, wie das Ganze performt von hier aus. Wir können natürlich noch ein bisschen upgraden, ein paar mehr LKWs machen und ein bisschen Sondermüll noch mit reinbringen. Aber wir lassen das erstmal so. Hier meckert bisher noch keiner wegen Müll. Also scheint das zu funktionieren. Und wir haben, wie viele andere auch von euch, gerade diesen maximalen Steuerbuck. Also ich glaube, das Problem ist, dass hier eine 100 zu viel ist, so wie ich das verstanden habe. Bei vielen. Manche haben ja auch schon alles auf Null gedreht, weil die einfach viel zu viel Geld kriegen. Aber auf ganz Null finde ich es halt auch blöd, ne? Guck mal, das ist geil. 302, ui! Guck mal, da kriege ich so viel Geld, wie viel ich jetzt habe. Könnte man maximal schnell auf 2 Milliarden machen. Das ist nämlich das Maximum, was man hier an Geld haben kann. Finde ich, sollte es auch in Real Life geben. So eine maximale Kontonummer, äh, Kontodings. Dann guckt ihr, ich glaube, Elon Musk hat, glaube ich, 300 Milliarden. Boah, ich würde damit so viel machen. Also jetzt nicht nur Scheiße kaufen, dass sie die Skyland spielen, sondern ich glaube, auch ein paar gute Sachen. Keine Ahnung, die das Asbest in Australien entsorgen. Die haben dann ein riesiges Gebiet, was komplett Asbest verseucht ist. Kostet ungefähr eine Milliarde, da aufzuräumen. Aber sowas können wir doch machen, voll gut. So, warte, jetzt mach mal, das meine ich damit. Jetzt bügeln wir mal hier. Ich hätte hier ganz gerne so eine Art Kaimauer. Aber jetzt nicht erschrecken, das hier, dieser schöne See, wird jetzt hier begradigt. Hier kommt wahrscheinlich ein Kanal noch ein. Und, ähm, die Rundung hier oben bleibt. Und hier kommt nachher noch eine Brücke drüber. So, so grob der Plan. Ich hab jetzt keinen Superplan. Aber ich hab einen groben Plan. Der Superplan entsteht meist immer nebenbei. Also eigentlich hab ich gar keinen Superplan. Ich, äh, baue meist immer so, wie ich denke, so, ja, könnte gut aussehen. Oder auch nicht. So, warte. Nee, warte, von hier, ne? Welche Höhe haben wir denn hier? Die hier, ne? Ja, ich glaub, die ist besser. Warte. Ja, guck mal. So gut wie nix. Kaum eine Änderung. So ein, ein Ding. So kriegt ihr übrigens super gerade Linien hin. Wenn ihr die Kamera bewegt, anstatt die Maus. Das ist eigentlich auch noch was, ne? Dass man sowas machen kann mit, ähm, ja, mit der Maus. Damit ihr da Bescheid wisst. So, warte, das lassen wir so. Obwohl, das passt mir gleich noch ein bisschen genauer an, die Rundung, ne? Weil das sieht jetzt ein bisschen komisch aus an der Stelle. Ähm, jetzt folgendes. Wir wollen ja wie, äh, so eine Art Kaimauer haben. Gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich mach das jetzt so, damit der nicht meckert. Hier ist immer Wasser. Jetzt klicken wir einmal, warte. Das an. Pause ist ja noch. Dann gehen wir hier hin. Machen auf die Höhe, die ich jetzt gerade eingestellt hab. Dann wissen wir, ich glaub, ich hab die Kamera bewegt, ne? Ah. Aber ist trotzdem, glaub ich, noch gut gerade geworden. So, jetzt gehen wir her und machen da dran unsere Straße. Dann nehmen wir natürlich eine vierspurige. Hang zu steil, so sieht's aus. Ihr müsst quasi mit der Straße ein bisschen rausgehen. Und wenn ihr das halt hier vorne direkt macht, achtet drauf. Dann sagt das, im Wasser. Und dann will das, äh, das nicht bauen. Deswegen mach ich halt immer diesen Trick. Dass wir das so sauber einmal hinbekommen. Warte, da muss man aber echt ein bisschen aufpassen. Ein bisschen ist gut. Ihr seht, was das immer macht. Dann geht's wieder runter, dann geht's wieder hoch. Ich glaube aber so... ...ist zumindest im vorderen Bereich gut. Hier hinten leider noch nicht ganz. Dann müssen wir dann nochmal ganz kurz frickeln. Sehen wir hier nochmal eine Straße? Oh nein, ist es wieder soweit? Oh! Danke für den Tipp, Leute. Jemand dachte, ich soll dann den Pause-Modus einmal verlassen. Es hat funktioniert. So. Ist das so okay? Ich glaube schon fast ja. Ähm, ist natürlich hier noch so eine kleine Kante drin. Aber da entstehen nachher auch noch ein paar Häuser. Obwohl, hier ist ein bisschen besser geworden, ne? Ja, warum das jetzt so weit unten ist? Gute Frage. Ich versuche nochmal ein bisschen rumzufrickeln. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich habe zwar noch nicht richtig da hingeguckt, aber es sah schon viel besser aus. Jetzt geht die Straße hier noch rum. Und ich freue mich mega auf das nächste DLC, weil das... Ich muss das ganz oft erzählen, weil ich das so cool finde. Das behandelt genau das hier. Und zwar Kaimauern und so ein Kram. Also Hafengebiet, lebendigen Hafen. Damit werben die. Bin ich sehr gespannt drauf. So. Hier kommt nachher, wie ich gerade erwähnt habe, so ein kleiner Kanal hin. Das haben sich viele gewünscht. Könnte man dann ab hier in die Richtung bauen. Muss man dann aber auch nochmal ein bisschen rumprobieren, ausgraben. Und da gibt es auch noch einen Trick. Wir können es vielleicht schon mal machen. Der wird ja wahrscheinlich eh parallel laufen. Und zwar muss man dann hergehen und erstmal die Straßen normal setzen. So wie die jetzt. Die andere auch. Und da drin gräbt man aus. Dann macht man die Straßen weg. Und dann macht man diesen Rand da nochmal hin. So die Theorie. Ui. So. Dazu. Da müsste er aber bis dahin. Warte mal. Da kommt doch woanders hin. Müssen wir bis hier machen. So. Ja. Weil da die Kante ist. Das passt viel besser. So. Wir machen es jetzt aber noch nicht. Sondern erst später. Deswegen geht das hier nochmal ein bisschen rum. Das müssen wir jetzt gleich komplett wegbügeln. Und dann müssen wir das hier am Rand auch noch ein bisschen angleichen. Also jetzt nehmen wir unseren Pinsel. Machen den nochmal ein bisschen größer. Gehen hier nochmal auf das. Und müssen jetzt das hier zur Mauer wegmachen. Damit wir dann auch Wasserkontakt haben. Oh scheiße. Die Bäume. Die dachten auch. So. Schön begradigt. Aber sowas machen die da auch in echt. Oder? Also wenn da jetzt wirklich so eine Mauer hinkommt. Dann müssen die da auch vorher ein bisschen buddeln. Oder nicht? Können die Mauer doch nicht ins Wasser reingießen. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. So ein Granulat. So ein hartes. Was ins Wasser schüttest. Und dann hast du eine Mauer. Oh das wäre geil. Gibt es das schon? Mein Patent. Oh so richtig dumm. Warte. Das Granulat. Und die Bäume mache ich auch nochmal hinweg. Viele haben sich auch über die Wasserphysik beschwert. Ich muss dazu sagen. Ich fand die bei eins auch viel viel schöner. Aber ganz im Ernst. Das ist jetzt nicht so spielentscheidend so. Man macht nicht so oft mit Wasser irgendwas. Ich glaube das ist das einzige was man mit Wasser macht. Und wo wir schon mal dabei sind. Das wäre doch ein super Thumbnail. Oh wie cool sieht das denn bitte schön aus. Machen wir so. Warte. F12 für Thumbnail. Weep. So. Guck mal. Und Leertaste loslassen. Und es schwabbelt. Aber so schlecht finde ich die Wasserphysik gar nicht. Um das jetzt nochmal ein bisschen zu... Dingsen. So machen wir mal hier nochmal auf 16. Jetzt müssen wir natürlich hier nochmal ein bisschen angleichen. Und wer sag ich mal irgendwie mit Wasser arbeitet. Und dann sagt das Spiel immer. Oh ich kann da nichts hinbauen. Da ist Wasser. Ruhig einmal speichern. Map beenden. Neu laden. Und dann sollte das Problem behoben sein. Weil dann macht das Wasser irgendwie... Oder das Spiel datet dann den Wasser ab. Den Wasser. Datet dann das Wasser ab. Und dann klappt es meistens. So wie gerade wo ich einmal kurz aus dem Pausemodus gegangen bin. Und dann auf einmal hat es wieder funktioniert. Aber krass. Das sind so kleine Tricks. Was allerdings Bugs sind. Ich muss dazu sagen. Ich finde solche Sachen auch mega nervig. Ich habe mal Sons of the Forest 2 gespielt. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Schon vor Monaten. Als das neu rauskam. Und damals waren manche Sachen vom Bauen her so. Dass man in einem bestimmten Winkel auf diesen blöden Baumstamm gucken musste. Dass dann irgendwann der Punkt kommt. Jetzt dran bauen. So jetzt snappen. Oder wie auch immer. Und da habe ich mich auch mega drüber beschwert. Weil ich fande... Warte mal. Wasser ist hier. Da ist noch gar keine Verbindung zu dem anderen Netz. Können wir vielleicht mal rüber bauen eben. Und da muss ich sagen. Klar kann man das machen. Wenn man weiß wie es funktioniert. Ist alles cool. Aber so richtig benutzerfreundlich ist das nicht. Benutzerfreundlich wäre es. Dass das intuitiv immer funktioniert. Und nicht wie hier zum Beispiel. Wie ich gerade gesagt habe. Ja da musst du speichern. Neuladen. Und dann ist das Wasser weg. Das muss vorher schon weg sein. So Wasser. Kommt. Macht. Macht dein Ding. Macht sein Ding nicht. Ah ja. Cool Peter. Diese Straße ist leider nicht verbunden. Oh. Das ist gemein. Warte. Das war eine normale vierspurige. Oh. Jetzt haben wir eine Verbindung. Also hatten wir sowieso schon über eine Autobahn. Hier wird wahrscheinlich keiner herfahren. Aber wir haben jetzt hier einen wunderschönen Uferbereich. Ist der wunderschön? Ich glaube er ist wunderschön. So. Und jetzt brauchen wir noch eine Brücke. Boah. Da hätte ich gerne eine Stabbogenbrücke. Warte mal. Wo wollte ich überhaupt hin? Wobei will ich da hin? Ja ne. Das heißt wir müssen von hier. Von da. Eine Stabbogenbrücke. Wie sieht die denn aus? Werden wir hier eine Fähre oder so haben? Das ist eine gute Frage Peter. Ja aber wenn dann fährt die wahrscheinlich hierher. Und so ist sie sehr nah über dem Wasser. Wäre aber fast gut. Oder wir machen die leicht. Ja leicht hoch ist gut. Drück es einmal 10 Meter. Alles klar. Obwohl das auch keine 10 Meter sind. Machen wir mal ganz kurz. 5. Wir brauchen jetzt allerdings einen vernünftigen Winkel da hinten. So. Krass da ist ja einfach da dran. Ach ja so. Das ist glaube ich höher als hier oder? Sieht zumindest mal aus. Warte. Eine wunderschöne Stabbogenbrücke. Ja ist top. Da kann man leider nur mit kleinen Booten drunter herfahren. Wir können ja erstmal durchfahren. Ich überlege gerade wie wir das genau machen. Weil. Warte. Plus 2 grad. Plus 1. Minus 1. Hier ist irgendwo. Da ist plus 2. Minus 1. Plus 2. Machen wir so. Ich überlege gerade wie wir das dann machen. So. Dann ziehen wir die Brücke hier rüber. Und dann nehmen wir die Straße und packen die runter. Oder wir bügeln hier so einen kleinen Abhang hoch. Voll geil. Da habe ich vorhin einen Berg weggemacht. So einen Mini-Berg. Könnt ihr euch nur dran erinnern? Oder ist schon weg? Ich frage lieber. Manche gucken halt TikTok. Oh. Zu gut. Da fährt ja echt schon einer her. Aber das ist bestimmt nur ein Wartungsauto. Und bist du ein Wartungsauto? Nein. Es ist ein Smart. Familie Königshofer. Moorgasse. Ophelia Kreins. Ausgezeichnet. Okay. Warte mal. Wir machen jetzt den hier. Wir waren ja letztens am bügeln. Auch vor ein paar Minuten. Jetzt können wir einfach hergehen. Oh. Da fahren echt viele Leute her. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So. Wir machen jetzt hier auch nochmal ein bisschen Angleichung. Die Angleichung. weggebügelt. Dann bis hier glaube ich. Wird alles noch schön. Bitte nicht schimpfen. Ihr habt doch meine letzte Stadt gesehen. Oder? Oder wer hat real gesehen? Die war doch auch okay. Das muss sich halt so ein bisschen entwickeln. Das kann man nicht sagen am Anfang. Du bügelst. Du machst dein Grid zu oft. Wenn man nachher alles sieht. Sieht es komplett geil aus. Das müsst ihr euch jetzt mal vor Augen halten. Das darf man bei mir eh nicht machen. Das war bei Minecraft damals schon so. Man meckert nicht in der Entstehung. Man meckert nur wenn es fertig ist. Das ist schon mal gesagt glaube ich. Obwohl Kritik ist schön. Nur durch Kritik kann man sich verbessern. Und ihr wisst ja. Wenn ihr nur das macht was ihr könnt. Werdet ihr nie mehr. Mein Gott. Werdet ihr nie mehr das sein. Als das was ihr jetzt seid. Ach man. Der wäre ja so gut gekommen. Ohne Stottern. So. Manchmal in Streams ganz witzig. Wenn dann Leute reinkommen und fragen. Warum ich das überhaupt spiele. Ich kann das doch gar nicht. Also jetzt nicht bei Cities. Bei anderen Spielen. So. Ja das ist. Das ist schon gut. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen so. Warum habe ich eigentlich in 45% gebügelt. Unglaublich. Warum ist hier eigentlich so ein weißer Strich drin. Den seht ihr auch oder. So ein ganz dicker weißer Strich. Warum. Na hier einmal rum. Oh ja lecker. Oh nein. Das ist ja so ein Kiln oder. Was ist das. An den Kärn. Kein. Ah. Was weiß ich. So ein Steingrab oder. Oder was ist das. Kiln war glaube ich so ein Steinofen. Ich glaube die gibt es hier nicht. Die gibt es bei Minigraf. Übrigens. Cities Skyland 2 ist gerade im Stream sehr mager. Ich spiele gerade They Are Billions. Jetzt will ich es auch durchziehen. Bin schon bei 25% oder so. Also weil ich komme. Vielleicht habe ich auch irgendwann. Kein Bock mehr. Und ähm. Cities Skyland ist gerade wenig. Aber wer Bock auf Minekraft hat. Am 21. Ersten startet da ein neues Projekt. Da können da gerne bei sein. Startet um 10 Uhr morgens. Und geht bis abends. Also wenn er sagt. Ja ein bisschen früh. Kein Ding. Komm da später rein. Und selbst da kann man Sachen zu Cities Skyland 2 fragen. Weil meine Ohren sind ja trotzdem da. So was ich höre euch ja nicht. Ich sehe euch ja nur. Und wenn ich. Wenn alles passt. Sind da auch meine neuen Emotes bei. Da ist ein richtig cooler Emote bei. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber der lohnt sich richtig. Wer es nicht kennt. Emote ist so ein kleines Bildchen. Was man da posten kann. Gerade im Livestream Bereich. Gerne genommen. Ja sehr gut. So wir machen so gut wie. Also man sieht es ja gerade. Wir machen so gut wie. Gar keine Einwohner gerade. Weil wir nur das hier machen. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich möchte eine gerade Brücke haben. Ihr habt gesehen. Man kann 180 Grad machen. Und dann noch variieren. Gefällt mir nicht. Wir müssen näher dran. Mit der Straße. Deswegen lasse ich das Stückchen Brücke gerade. Und dass man die Brücken auch in der Kurve bauen kann. Krass eigentlich. Ja. So. Bester Brückenanschluss. Und jetzt nochmal neu. Brücke. Deswegen. Momentan gibt es nicht viel. Was heißt gibt es nicht viel? Es geht hier gerade sehr hart an Infrastruktur und Stadtentwicklung. Also wir machen nicht viele Wohngebiete. Wir bauen nicht viele Gewerbegebiete. Neugebiete. Wir bauen jetzt gerade erstmal nur Straßen. Und so wie es hier später aussehen soll. So ist der Plan gerade. Ganz gefällt es mir noch nicht. Vielleicht müssen wir da doch nochmal die Brücke ändern. Aber zumindest kommen wir jetzt auf diese Insel hier rüber. Oder wir machen es anders. Wir machen nur von hier eine Brücke hier rüber. Und haben die Insel für sich. Und halten da vielleicht nochmal mit einer Bahn. Das wäre glaube ich auch noch ganz cool. Ansonsten haben wir hier diese wunderschöne Kaimauer gebaut. Schön gerade durch. Hier soll nachher noch ein Kanal rein. Habt ihr euch gewünscht. Ansonsten gerne eure Kommentare. Vorschläge in die Kommentare. Eure Kommentare? Ja doch passt. Und ansonsten bis zum nächsten Part. Tschüss.